Ich muss eben trimmen, okay? Ich muss eben trimmen. Du musst sagen, wenn wir im Game sind, okay? Du musst gleich trimmen und danach können wir dann hier... Fortnite, also nicht hier als Standard-Skill gucken. Wir sind im Spiel. Oh, ne, du bist... Es ist halt erst, du bist nicht mitgejoint, ey. Ich muss die Scheiß-Dings verlassen. Epic-Freunde. Geil. Tret mir mal rein. Wir sind zum Berg gegangen, stimmt's? Ja. Ich will bei ihr trimmen. Ja. Ne, noch. Ich zohne gleich zu. Ja. 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 Ja, bitte. Ja. 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 Das긴 Ja. Na ja. Ja. Jaa. Natürlich. ich meine dass auch ein tischkater account hat das kann sein schüttler kann aber noch keinen stimmst drauf kommen wir gehen dahin ja aber ich dachte auch wir waren wir waren wertiger wir waren berg das liegt am heiligen berg dafür haben naja wo jesus geträumt kreuzigt wurde alter und wieder aufgestanden ist ja zum thema austern ich gehe zu den häusern du kannst dann wieder reingehen also du kannst mitten wenn etwa eine punkt feld macht danke ja ich habe ja gewerben grünes die gleich mit ja ich gehe ein kleines haus ja im kleinen haus hat man keine eier es gibt was wenn wir hier wenn man hier ein eis für den fort nein ja das ist gerade feature sondern ein eis für den fortnight und dafür noch viel backstieg ne versossen ja man das ist so ein eis dass wenn man es findet dass man irgendwie gratis 300 und die stelle bevor den schatz von so wie hier aus das hat hier 220.000 die box mehr 20.000 müssen übertrieben ich finde das übertrieben so viele aber so 150 für die reichen weil du musst bedenken ist gibt es jede woche jede einzelne woche neun schatz da muss man bedenken langen aber herr komm herr komm her ich habe zwei minis für dich meine mutter hält sich aber auch immer an jedem zeitplan hat sie sagt sie schon keine ahnung geschwäht wieder da die zeit schon vorbei und auch beste meine mutter geht auch immer lange einkaufen ja sie ist gar nicht einkaufen sie sind wie ist sie immer die effizienten freunde geht das muss man ja auch gelten lassen aber ich traue mich nie damit haben zu machen weil ich kann das loger nachschrott jetzt haben ich ja schon einmal gemacht hat dann muss man 30 kunden warten habe gehört ne muss man nicht man muss er nur schießen hast du geschossen nein da habe ich eine dreier bürste gehört also richtung 208 habe ich das gehört aber wie ist ein jener ich habe mir auch aber 1 läuft warte aftung ein gegner gegen nach unten geht geht nach unten voll voll mann voll geil meine sachen meine sachen hier noch ich habe ich gekillt ja gut dann hast du 50 aber die schlechter darfst du bis jetzt haben die meine märkte die wasser austauschen ich habe ich habe nur fünf schild verloren fünf leute der liege als da gibt mir ja alles klar diese runde gewinne dann müssen wir es da lasst mir gucken das geld gucken der krim noch mehr standard skills kill junge wenn wir diese runde gewinnen wir sind für besser als standard tritt also warum ja aber wir zwei siegel nacheinander gemacht haben dann macht er nicht so viele sieg oder was also ich weiß woher sie gehen nacheinander macht ja apurett hat schon mal sie gehen der genannten war alles klar mein bahn als man ja nicht nein die schwacht die schwache leute bis runtergefallen und wir gehen jetzt mal lieber ganz schnell die zone mal guter herr ja komm mit nur eine minute die zone kommt schon nach hier schon unterwegs ich weiß nicht die dauert doch noch guter jakob bruder jakob schlägst du noch schlägst du noch hässlich die glockchen hat mich die glockchen ging dann durch gesagt höchstens glocken lassen richtig glockchen weiß was du richtig zweideulich wer höchst nicht die glocken hier unten leuten ja lama was wo 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 da da an der mauer war noch am bergmauer kann man aber nicht hin weil die zonen mich da ist mit mit hin die zonen die zonen ist schon gleich da bergmauer wo ist bergmauer da hinten auf 210 irgendwo an der mauer kommen jetzt hier ist die zone ich würde aber aber ich will jetzt lieber zonen ich hätte jetzt auch die zu riskieren können ich habe und einfache die zone werden konnten von 500 ressourcen aber es werden ein bisschen riesig also wie viel schild habt ihr eigentlich 54 andersrum 45 dann nimmst du jetzt ein mini ein bisschen nein erst mal ein mini erst mal mini den kannst du dir schnell schnell ich glaube man schnell da ein begriff du ist mir immer mit dem ich schreibe ich nicht schreibe darf ich die kurz behalten oder mich so jetzt wieder weil du weißt ja was ich die letzte runde mit sniper abgezogen hab kannst du behalten okay auch gar mehr lalala also ich habe es halt sehr gerne gemacht alter ich habe lalala gesagt ähm pass auf dass du keinen fall damit schritt ich habe fall der beschritt ich habe kein fall denn ich bin ich nicht wohl jene blaue stumm gewährt weil das verdächtig aber egal ich habe schon eins warte ich gucke erstmal auf hier fallen wer sind nicht das habe ich schon geguckt fein habe ich schon umgeguckt als ich höre geschäft das verboten doch wissen die sich nur die mehr als ja Leute sie haben auch nur ein Blut ist nur aber lieber zu und über du bist nicht bei mir kommt schnell Zoller kann auch schon gleich kann auch mehr aus also haben wir noch mehr hier ist bei mir zu gehen oder warte jeder hier noch auf jeden Fall ein Gehleiter so nehmen er geht daher schon abgeholt wir müssen schreckt oder du bist noch enthält immer machte da so kommt von der schmerz so unnötig kommt wahrscheinlich möglich okay alter ich habe schon die hälfte von meinen holz verbaut oh my god in dings im plätenpark so riesen welt wahrscheinlich die wird wahrscheinlich jetzt ein paar zonen drin sein bis ein zone ein zon ist sie nicht tun es selbst auf dem berg ist auch noch eine eine riesen welt ein zune wird da sein glaube ich da und da irgendwo auf jeden fall ist ein riesen welt auf dem berg weiß aber nicht dass ich noch aktives was ich mache ich bin genau vor und wenn du zu bekommst genau